Musik Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play The Order Ja und wir sind letztes Mal hier direkt bei dem Schiff, haben wir aufgehört, das hier wohl am Brennen ist Und wir werden jetzt einfach mal gucken, dass wir hier weiterkommen Ich entschuldige mich nochmal recht herzlich für den Ton, ich weiß nicht warum, ich nehme das ja mit der Game Capture auf Und irgendwie hat der Ton da, mitten in der Folge dann aufgehört aufzunehmen Ich weiß nicht woran es lag, es war echt blöd, ich muss mir mal überlegen, vielleicht kommt diese Folge dann noch heute Ah, mal gucken, werden wir später sehen Percival, ich habe mein Ziel verloren Ich nehme Verfolgung auf Negativ, bei den Rettungsboten sammeln, wir haben ein größeres Problem Die Rebellen haben eine zweite Bombe an Bord Verflucht Okay, bin unterwegs Willst du das etwa vernünftig? Diese Konsequenzen konnten mir nicht vorhersehen, Alistair Eure Mission in Whitechapel sollte unentdeckt bleiben Ich habe Berichte über zahlreiche Verluste und schwere Zerstörungen am Royal Hospital erhalten Und jetzt das! Ich werde zu meinem Wort stehen Ich allein übernehme die Verantwortung für alle Konsequenzen, die uns treffen könnten Sebastian! Du wirst verstehen, dass ich nur noch wenig tun kann, um dich vor dem Zorn des Lord Kanzlers zu schützen Oder des Ordens Dein Vater wird das einsehen Doch jetzt sollten wir die zweite Bombe finden, bevor sie detonieren kann Gute Ritter, eure Hilfe, wir... wir müssen alle von Bord, bevor es noch schlimmer wird Sir Lucan wird sie eskortieren und die Evakuierung leiten Wir müssen die Suche fortsetzen Dies ist doch die Angelegenheit der Besatzung Sie wollen doch nicht an Bord bleiben Wir stoßen so bald wie möglich zu Ihnen Okay, wir entlassen die Mannschaft mal Wir brauchen Waffen In der Nähe ist eine Wachstation Bedienen wir uns bei den Waffen der Kompanie Oh, das klingt doch schon mal echt gut Waffen für die Ritter So Die Rebellen werden jemanden schicken, um die zweite Ladung zu zenten Die Rebellenanführerin und deine Komplizin versuchen einen Notfallplan zu starten Das muss es sein Einverstanden Machen wir weiter Okay, Moment, lass mich nur kurz gucken, ob hier irgendwas ist Okay, wer ist denn diese... Versuch zum Waffenlager zu kommen Okay Aber wer ist denn diese Frau? Die ist ja jetzt schon mehrmals aufgetaucht Oh, dafür wird sein Messer auch noch benutzt Okay So Wir benutzen wieder unser Gerät Die Ratten verlassen das sinkende Schiff Ja, das habe ich mir gedacht So Auch offen Das ist schon die Waffenkammer oder... Weil da blinkt ja ziemlich viel Nehmt euch, was ihr braucht und dann weiter Okay, das ist das Maschinengewehr Oder? Ja Das ist cool Okay Genau Aber ich würde hier gerne so eine normale Pistole nehmen Ja, die So, was haben wir noch hier? Eine Gebrauchsanweisung oder was ist das? Oh Tja Mir auch nicht, so Aber wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal Waffen Die Frage ist Wo gehen wir hin? Ach, hier, okay Ja, ich hoffe doch An alle an Bord Verliebenen Keine Panik Wir folgen der Standardprozedur Umkehren in Kürze zum Hauptangaben Nimm die Tür Ich gebe Deck auf Sollte sich die Situation verschlimmern Wirst die verbleibenden Passagiere Am nächstgelegenen Halteturm abgesetzt Oh Oh, einer Ein, was ist das? Pilot, ne? Also ist hier auch irgendwas im Gange Vielleicht die Lycana Wer weiß Vielleicht Wow Ich meine, der Letzte konnte auch reden, ne? Warum nicht? Boah, meine Güte Die ganze Zeit diese Not-Sprechanlage Oh Oh Shit Shit Okay, jetzt wissen wir aber Ach, Granaten Granaten Jetzt wissen wir, dass sie da sind Oh So Kurzen Prozess Hahaha 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 Ja, wie so eine Oh, wow Boah Der ist voller lang gesprungen Boah, der ist neben mir, oder? Ja Alter Oh, mein Gott Okay Hörst du mal auf, hier rumzulaufen? Ach, meine Güte Alter Scheiße, nein Okay Ja, toll Ich meine, ganz ehrlich Was bringt das überhaupt? Ja, ich möchte gerne irgendwas machen Komm hoch Ach, Mann Geh doch in Deckung Boah So Okay Hm Okay Okay Also der 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 Kill hier gerade war ja echt eine Marke, ey Der ist voll Oh Das ist ja cool Eine Schrotflinte Boah Das ist eine dreiläufige Wie cool Also der eine hier ist echt Ja Finde ich gut Ist voll weggesprungen So Äh, okay Wow Okay Nein, 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 nein Okay, aber wir haben ja jetzt eine Schrotflinte Wir können uns mal ein bisschen mehr trauen Na komm 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 Alter Alter Ich hab den den Arm weggeschossen Hier, direkt bei mir ist jemand Ich hab den Was? Seit wann kann man das denn? Boah, die ist gut geworfen Tschüss Komm Jawohl Was, seit wann kann man Das muss ich mir gleich aber nochmal genauer angucken Äh Ja, hier kommt man ja kaum weg Ey, seit wann kann man das sehen? Komm Komm Boah Was ist das denn, wenn Schießt die drei Okay, die schießt drei Schuss auf einen Boah Kann man Nur Interesse halber Okay, ne, kann man Hab ich sogar die Hand weg? Ne, okay Die Hand ist noch da Aber der Typ ist tot Gott Damit machen wir ja voll das Masaka, ey Ah, okay Ach, du Scheiße, ey Ich hab's Chris Kommst du mir hindurch? Ich schätze schon Pass auf Das war verdammt knapp, alter Freund Knapp ist gar kein Ausdruck Lass es gut sein Das muss einen anderen Weg geben Dafür ist keine Zeit Geh ohne mich weiter Ich suche einen anderen Weg Verliere das Ziel nicht Na, das kommt dir doch bestimmt gelegen, alter Mann Der ist nicht so ganz koscher, glaube ich Ich glaube, der ist Oh, was? Ah, okay Der hat irgendwas ganz, ganz komisches an sich Ah, hier können wir noch was gucken Oh, ein Foto Oh, zwei Küche Was steht hier? Bon voyage Oh, gab's da nicht mal Was? The Incredible? Ja, genau Ha Bon voyage Der Erzfeind Oder der Schurke Oh, hier brennt alles Beziehungsweise draußen brennt alles Und hier sind überall Feinde Wow Okay, da sind sie schon wieder Mist Was? Was? Wie viel hält der aus? Okay, der ist tot Oh, da ist die Schrotflinte Wollen wir die Schrotflinte wieder nehmen, Leute? Ich glaube, wir nehmen die Schrotflinte wieder Jawohl Okay, es sollte mir nicht gefallen Aber tut mir leid, es gefällt mir Es ist so schön brutal Oh, Mann So Du weißt auch gar nicht, was du triffst Du triffst einfach irgendwas Oh, ne, ich will das weiter benutzen So Wieso gehst du denn zum? Der, der ist komisch Der geht die ganze Zeit irgendwo hin Ohne uns zu sagen, was Und dann auch mit diesem alten Mann da Das ist irgendwie komisch Und wir müssen mal diese Zeitlupe benutzen Ich hab das noch immer noch nicht ganz begriffen Aber wir werden das gleich auf jeden Fall mal machen Und da können wir gar nicht durch Ach, hier runter, okay Gut, wenn die nächsten Gegner kommen Werde ich das mal versuchen zu drücken So Hier geht's auch weiter Aber ist alles zerstört Aber es ist Wie detailliert das ist Wenn man jetzt einfach mal guckt So Wenn man hier einfach durchläuft Einfach Hier die Spielkarten auf dem Boden Da ist noch so ein Buch drauf Oder hier diese einzelne Markierung Am Poker Du kannst ja alles genau sehen Du kannst theoretisch das jetzt als Als Spielfeld benutzen Also das ist schon Das ist echt schon krass Was die hier geschaffen haben Aber ich mein, klar Darum sind nämlich auch diese schwarzen Balken da Das ist Weil es ist halt so Dass wenn man, sag ich mal Durch diese schwarzen Balken Gibt's ja halt auch mehr Oder beziehungsweise weniger Frames Und weniger Bild Was man bearbeiten Oder darstellen muss Und darum hat man halt Diese erhöhte Rechenleistung Was man zum Beispiel hier ran sieht Oder Den Schatten und Lichtverhältnissen Und ja Dafür gibt's halt diese Einbußung Wow Aber so ist das Wow Okay Ja komm Ja sorry So Ah okay Das sind Rebellen Kerl ahead Nicht schießen Es bleibt keine Zeit Percival Wir müssen ihn aufhalten Vertrau mir Grayson Hören Sie auf mich Mann Geben Sie auf Sie wissen nicht Mit wem Sie es zu tun haben Wir sind nicht der Feind Beweisen Sie das Stopp diesen Wahnsinn Nein Nicht solange die Kompanie Ungehindert weitermachen kann Werden Sie nicht Dafür Sagen wir Es ist zu spät Sebastian Freund Sie müssen das nicht tun Was Hä Was ist denn jetzt passiert Was ist denn jetzt passiert Meldet dich Percival Dalahat Bestätigen Greif Sebastian Meldet euch Bitte Hörst du Hörst du Hörst du Hörst du Okay, wir sind schon auf dem Boden. Wie hat er das denn überlebt? Ich meine, er hat ja nichts aus seiner Fiole getrunken. Und tut mir leid, dass da gleich ein kleiner Cut drin war. Das war, weil schon wieder mein Mikrofon abgeschmiert ist. Und ich wollte euch nicht wieder die ganze Folge da ohne Ton lassen. Und darum habe ich kurz einen kleinen Cut gemacht. Aber jetzt geht es ja wieder. So. Wir sind im Hyde Park, okay. Können auch kaum laufen. Oh ne, das sind Bobbys. Wie sie liebevoll genannt wurden. Also Polizisten sind das. Aber die Frage ist, kommen wir hier überhaupt raus? Sieht nicht danach aus. Ach da, okay. Oh, wir sind bestimmt mit ganzen Leichen am Brennen. Oh ja. Jetzt hat er es hinter sich. Okay. Okay. Kaputt. Mist. Aber wir haben sie doch gerade noch gehört. Warum ging das denn jetzt nicht? Oh. Wer liegt denn da? Oh. Wer liegt denn da? Genau. Hä? Warum hören wir das denn noch? Ach da. Aha, okay. Ich bin's. Der hätte wenigstens sagen können, wo der ist, ey. Ganz ehrlich. Ja, komm, du kriegst das hin, Galahad. Komm. Mensch. Ey, du kannst doch einfach da untergehen, oder nicht? Ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal Wir sehen uns beim nächsten Mal